Liebe Lernbegeisterte, diesmal keine so schönen Nachrichten. Die ganzen Vorträge für die nächsten elf Tage sind abgesagt worden in der Schweiz. Also ich wäre jetzt, wie gesagt, fast zwei Wochen in der Schweiz unterwegs gewesen. Manche werden es schon mitbekommen haben. Es gab seit sechs Wochen, acht Wochen herum richtig, richtig Medienansturm gegen mich, Daniele Ganser, Christina von Traien und ein paar andere. Aber wir waren die drei Hauptnamen, die da immer genannt wurden. Die Bösen, die Rechten, die Verschwörungstheoretiker, die treffen sich. Es war ein gemeinsames Wochenende geplant in Zürich. Und ja, es wurde medial alles abgesagt. Also zumindest für mich. Ich wurde ausgeladen, weil ich der problematischste Redner bin, der schlimmste, der umstrittenste von allen. Das ist in gewisser Weise auch eine Auszeichnung, dass ich jetzt schon der problematischste Redner im deutschsprachigen Raum bin. Rassismusvorwürfe, was ja ganz lustig war, wie diese Artikel auf mich zugekommen sind, bin ich gerade in Dubai gesessen, an einem Tisch mit einem Araber, einem Pakistani und einem Vietnamesen, weil es in diesen drei Ländern auch darum ging, wie kann man dort für die Kinder was verändern. Aber Hauptsache, ich bin der Rassist. Irgendwas habe ich da nicht mitbekommen. Auf jeden Fall einfach als Info für alle, weil etliche hatten mich angeschrieben, wollten mich treffen wegen ihren Schulprojekten, hatten Fragen, wir haben sonstige Termine ausgemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, wer mich wo überhaupt treffen wollte. Ich habe zu vielen zugesagt. Und daher, ja, sorry. Wie gesagt, Schweiz, dieses Monat ist alles abgesagt. Es tut mir leid. Es gab ziemlich ein Medienfeuer. Es wurden sogar Elterngruppen anonym bedroht. Und viele andere Dinge, die da passiert sind. Ich möchte einfach niemanden da hineinziehen. Das zahlt sich nicht aus. Ich möchte niemanden in ein negatives Licht rüchten. Und wenn ich mit meiner Absage oder dadurch, dass ich nicht komme, jemandem das Leben erleichtern kann, mache ich das natürlich. Also wie gesagt, bei manchen wurde ich zwangsausgeladen aufgrund von Mediendruck. Bei den anderen gab es eben anonyme Drohungen und viele Probleme, die rundherum entstanden sind. Und deswegen habe ich gesagt, du, ist es besser, dann komme ich nicht. Weil ich möchte ja nicht, dass dann wirklich etwas passiert. Aber ja, ist interessant, was hier in unseren freien Demokratien so alles abgeht. Ich werde mich dazu in einem weiteren Video, das wird entweder am selben Tag nochmal rauskommen oder am Morgen, nochmal im Detail zu diesen Vorwürfen äußern.